Ich glaube, ich esse meinen Keks. Ich glaube, da sollte eine Teleportation darstellen. Ich gehe nach Pandora. Pandora, ja Pandora. Das ist wirklich einer der schwersten Bosse, auch wenn es nur am Anfang ist. Nein, das liegt nicht nur daran, weil ich kriege später Magie. Achso, ich habe es völlig vergessen. Ich muss mein Schwert weg. Du fährst gleich auf uns rauf, ja. Oh Mann. Toll, ich flieg da und habe den Weg. Dann habe ich den Weg. Ja, getroffen. Oh, hat er mich erwischt. Ah, heil sie, heil sie. Ich sehe das aber nicht. Nicht mich, pass auf. Nicht, ja, ja, gut so. Der Kollege steht und will nicht aufstehen. Ja, du heil sie. Ja, da haben wir alle Fernwaffen. Jetzt kannst du mit dir wechseln. Toll. Ja, ich glaube, du kannst mit dir wechseln, die Waffe. Ja, aber es geht nie. Weil du der Stärkste bist. Weil du der Stärkste bist. Heil mich mal. Ich hör dich kaum übers Mikro. Ich schlitz diesen Kater jetzt auf. Ah. Der hat mich nicht mehr erwischt. Ich war da ganz oben. Ja, ihr müsst euch beide heilen. Du musst dich auch heilen. Ich mach ihn fertig. Wow, 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 heil, heil. Ja, weh, net. Oh, ah, ja. Gib dir, gib dir Dingensil, den Bonbon und dann nimmst, fängst du an, halst du raus die Schokolade. Mit Lebenswasser werden wir nur zum Schluss gewinnen. Die Musik ist auch die beste, finde ich. Jetzt reicht er. Jo. Ja, nicht mich. Glaubst du dran? Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Keine Sorge, ich heil dich schon wieder. Ich glaub, ich sollte dich lieber heilen, oder? Ja, ich heil dich mal. Ach so, das hab ich völlig vergessen. Du soll gefälligst angreifen. Nehm mal auf mich. Ja, ich wollte auch... Die steht da rum. Ich hab sie sogar auf Offensiv. Ja, beißt mir nicht. Du gehst da einfach rein, ey. Ich will zuschlagen. Ich will zuschlagen. Aber die... Egal, egal. Lass sie sterben. Das hat keinen Sinn. Ich verliere zu viel Energie. Ey, warte. Die Schokolade brauchen wir. Gehen wir ihm Lebenswasser. Die Schokolade brauche ich jetzt zum Beispiel. Die Tanzt da und verliert der Energie. Ja. Ja, Glück. Ja, Glück. Ja, so schnell. Das war knapp. Zum Glück haben wir voll eingekauft. Das Gute daran, dass du... die Hauptfigur hast, ist, dass du immer angegriffen wirst, weil du vom Level immer höher sein wirst. Ich hab das wirklich nicht verstanden. Andauern wurde ich hier im Kasten da oben. Ja, wir müssen hier runter. Wir haben noch knapp 15 Minuten zum Aufnehmen. Ich will zuschlagen und dann liege ich schon am Boden. Ja. Achso, die war wohl besessen oder so, die Frau. No. Die Schatzen ist auch was Gutes. So, jetzt müssen wir wieder zum Wassertempel. Ne, wir müssen wieder zum Lavatempel müssen wir. Ne, 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 erstmal zum Wassertempel. Weil wir können auch nichts im Lavatempel anrichten. Ich weiß sowieso. So. Äh... Gucken. Wie sieht das Level aus für meine Waffen? Bogen. Ja, ich nehm den Bogen kurz und dann die Peitsche. Ich drück immer in die falsche Richtung. Ich weiß auch nicht wieso. Jetzt fehlt nur noch meine Lieblingswaffe. Der Speer oder die Lanze oder das Ding, was du da wirfst. Ja, das Ding so. Wum wolltest du? Ja, ich dachte ich wäre die Andere. Die hätte sich das nie gewandt an. Die hätte noch mehr Verteidigung als wir. Ja? Ja, für den Anfang ja. Weil das Ding so arschig ist. Warum hast du eigentlich das Seil benutzt? Ach so, vergessen. Egal, ein bisschen hier rumlaufen. Dann werden wir hier gelangen. Ja. Wir müssen zu Hagen. Pink. Guter Name. Pink. Was ist? Ich sag, Pink ist ein guter Name, Fliegeralte. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, bis du im Wasser passt. Aber Zeit her? Ja, wir haben noch ca. 12 Minuten. Ah, wir können die Abkürzung hier nehmen. Hast du deinen Bogenschuh gelevelt? Äh, deinen Boomerang? Äh, ja. Ich glaube, ich brauche nur einen Gegner noch, dann habe ich meinen Level. Äh. Wo willst du denn hin? Ey, ist abkürz. Da, da ist so einer. Da. Nicht erwischt. Ich glaube, auch wenn du zuschlägst, krieg ich die Traumspunkte. Weh. Nur weil du es schlägst. Ja, verpasst! Da ist auch nix. Ist nicht hier oben der Weg? Hast du denn? Ich dachte, hier oben wäre die Treppe. Das ist... Die Waffe ist ziemlich stark und hat doch... Reichweite. Ja. Die beste Reichweite, glaube ich. Man. Kieran, lass sie hoch. Ja. Alle drei ziehen sich am Seil rüber. Ah, sind wir schon da. Perfekt. Ja. Ah, ich gebe dir Kraft! Ja, deshalb sind wir hergekommen! Das ist immer gut. Ich war Herkamp ja auch. Deshalb hat Katsu so in Eile uns gerufen, ja? Ja, ich würde sagen, lass hier dann... Was? Was hast du gedrückt? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab mal ein Pett in der Hand. Oh oh. Was ist jetzt passiert? Das frage ich dich. Was machst du überhaupt gerade, ey? Äh, wieso hat er die Sachen geladen? Wieso fängt der an jetzt diesen Status hier an? Ich hab hier jetzt so ein Bild, so Chat hab ich den. Das ist egal, ich glaube wir haben was verhauen. Ja, wie ist denn das passiert? Egal, wir haben hier abgespeichert dort hinten. Wir haben hier vorm Bosskampf, äh, scheiße. Egal, machen wir das einmal offscreen noch einmal alles. Ja, wie ist denn das passiert? Was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht. Ich hab hier ein rotes Bild, hier steht bei mir Chat jetzt. Chat jetzt? Ja, ich hab Escape gedrückt, weil ich jetzt nicht mehr weiß... Was da passiert ist? Ich hab nichts... Ich hab hier auch nicht. Egal, ich mach kurz hier einen Cut. Also ich... Und dann spielen wir nochmal schnell offscreen alles bis zu dem Platz. Okay, warte. Kurz alles auf Pause stellen. Hey, ist das meine Rechte am Arsch, dass du da sitzt? Wie vorhin, der Absturz, ey. Vorhin hatte ich einfach Absturz.